...für Joana Budak. Und nun wieder aus Spanien, aus Alicante, Carolina Pascual. Ja, der Ball muss in der rhythmischen Sportgymnastik ganz pfleglich behandelt werden. Der darf also nicht so gekrapscht werden wie im Handball, sondern der muss immer locker auf der Hand liegen. Auf der offenen Hand. Auf der offenen Hand, ja. Kann man da nochmal sehen. Und so muss er auch gefangen werden. Er darf also nur ganz... Jetzt sehen wir das, ja. Ja, genau, wie er da lebt. Er darf auch nicht an den Unterarm geklemmt werden bei so einer Spirale. Und wenn man sieht, wie sie fängt, dann auch mit der Hand. So ein bisschen grapschen tun sie ihn auch. Natürlich. Soll man bleibt. Aber das würde also böse abgezogen werden, wenn sie das dauernd tun würde. Das war wieder ein Risikoteil, mit dem bin ich hier hingefangen. Das war jetzt dieses Gleichgewichtselement. Da müssen dann mindestens noch zwei andere kommen. Tiefe Rückbeuge ist auch eine Rückenschwierigkeit in Verbindung mit so einem Wurf. Hier ist das etwas gequälte Lächeln, das ich vorhin beim Reifen angesprochen habe und dann war es nicht zu sehen. Karolina Pascual aus Spanien. Wichtig ist eben, dass bei diesen ganzen Reglementierungen der Elemente, die in so einer Übung drin sein müssen, dann trotzdem was eigenes, ein eigener Stil, eine eigene Choreografie herauskommt. Und das macht dann die Weltspitze-Gymnastik aus. Die Trainerin, das ist, glaube ich, Emilia Bonneva, also eine gebürtige Bulgarin, die seit Jahren in Spanien arbeitet. Wir haben nochmal die Höchstschwierigkeit in der tiefen Rückbeuge gefangen. Aber ich glaube, sie hat mit der linken Hand noch ein bisschen nachgefasst. Das ist dann an und für sich keine Höchstschwierigkeit mehr, wenn sie mit beiden Händen fängt. Das war jetzt das Risikoteil, mit den Knien oder in der Kniekehle gefangen. Gestern Vierte, bereits erwähnt, im Mehrkampf sicherlich ein guter Platz für Karolina Pascual. Sieht ein bisschen nach Uneinigkeit beim Kampfgericht aus. Im Augenblick vielleicht nochmal vier Kampfrichterinnen geben die sogenannte A-Note für die Komposition und den technischen Wert. Und vier achten in der B-Note auf die Ausführung. Aber da ist hier schon die Wertung 9,525. 525. Untertitelung des ZDF, 2020